dieses zum kauf angebotene sechs zimmer ein familienhaus befindet sich in wiesbaden 2014 wurde dieses objekt erbaut das gebäude verfügt über zwei parkplätze wie Auf einer Grundstücksfläche von ca. 690 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 166 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 1.099.000 Euro zum Verkauf. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020